Wollen wir mal uns dem Aram widmen, wa? Okay, da doof reingerannt. Lilly, komm raus da. Oh, lass mal hochgehen. Na gut, aber wir hatten vorhin schon mal so ein Game, wo wir die ersten zwei krass verloren haben, ne? Aber das sieht hier gerade alles nicht so pralle aus. Ich komm mich noch bis zum Brunnen, wahrscheinlich nicht. Der ist slow. Hier wird nicht, ne? Was war denn das? 33 über tot, Mann. Nein, warum rennst du denn weg, Junge? Äh... Fehler! Arshalanor! Alles abwacken! Jetzt kommt hier wahre Macht zu spüren. Geht es dir gut? Wir dürfen unseren Verbündeten nicht im Stich lassen. Außer ordentlich. Alles abwacken! Geht mal hier! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Ah! Nice! Du wirst erneut aufblühen! Das war zu hart. Schade, das war schlecht getimt. Oh, what is going on? Wehleit! Solltet ihr nicht diese Saat einsammeln, Helden? So soll es sein. Lasst uns einhalten! Lasst uns einhalten! Ich bin gleich wieder zurück. Lasst mir ein paar übrig! Gehen wir halt deppen, ne? Bevor ihr keiner deft. Ah, da ist sie! Sammelt die Saat auf, bevor es euer Feind tut! Oh! Das war wohl persönlich! Ich bin içinde pulse emerged. Die sehr Nachcean Regierung. Wir kommen in der Zukunft! Ja! Welch schwache Doppelkill. Dreifachkill. In der Tast. Gut gemacht. Blut raus. Eine Saat ist aufgegangen, aber das ist freundlich zu behachten, oder? Gegner verkümmert. Welch prächtige Samen. Macht euch auf den Weg, meine Ungeheuer. Und vernichtet eure Feinde. Vor zerstört. Einfach mal draufhauen, ob die Beck muss, ne? Festung zerstört. Bleib unterhaltsam. Gib zu. Das hat dir gefallen. Nice. Mal gucken, ob wir wieder ein bisschen mehr Glück haben jetzt. Hört sich gut an. Schauen wir, wie euch das gefällt. Wir müssen gucken, die Li Ming darf da nicht so in dem Winkel stehen, wie sie steht. Oh, das war zu kurz. Ah, komm mal runter, Ragnaros, und hilf mir. Scheine will er mir nicht helfen. Schützt unseren Verbündeten. Ich hab halt kein Mana, Leute. Heute ist nicht euer Tag. Erwartet ihr, was ich hier tun soll? Seid tot. Hört sich gut an. Geht euch euren Zahn hin. Eiskalt erwischt. Wählt ein Talent. nes Ich hab noch nicht. Edidan, der schon 6 mal gestorben ist und ordentlich am Feeden ist gefühlt. Eine Botlane, die keinen interessiert und ich da auch keinen Bock mehr drauf hab dann alleine die ganze Zeit zu vercutten, wenn ich ehrlich bin. Ok. So. Es ist doch echt lächerlich. Wie können sie es wagen, euch anzugreifen? Dem Licht sei Dank. Ich muss mich zurück... Es ist noch zu früh. Ich werde zurückkehren. Hört sich gut an. Wir gewinnen. Nicht nachlassen. Ach komm ey, da macht er den Steppen nicht, ne? Ja. Töten sie alle. Weiter so. Alles zernatschen. Einverstanden. Ja, Pain bringt halt noch nix, ne? Aber eigentlich traurig, dass ich den meisten Helden Damage hab, dadurch, dass ich früher da unten ja mehr oder weniger auf der Botlane alleine versackt bin. Sie verdienen es zu brennen. Erhebt euch, Diener Neptulons. Meine Klingen gehören euch. Gebt euch euren Zahn hin. Immerhin gut geschaltet. Muss man ihn lassen. Das war mal eine gute Aktion von Illidan. Macht mal seine acht Tode nicht unbedingt wieder gut, aber... vorvernichtet. Meine Macht schwindet. Wir werden noch viele weitere folgen. Sammelt mir Juwelen oder stellt euch meinem Zaun. Das kam genau zur richtigen Zeit. Vielleicht kann ich ein neues Gelege spinnen. Bringt mir die Juwelen. Ich habe nur wenig Mahler. Ich muss mich Drakom euch holen. Das Feuer wird euch leiten. Blickt mit Stolz auf diese Zerstörung. Ah, ein nützlicher Diener. Die Stunde der Spinne endet. Held vernichtet. Na dann helft mir doch bitte noch beim Camp. Wir haben den Gegner erlaubt, euer Pfohr zu zerstören. Gute Arbeit. Geht in meine Netzweber. Metzelt ihre Feinde nieder. Tchuu Junge. Habe ich die Rakete abgekriegt oder was? Ich verabscheue es Gewalt anzuwenden. Einverstanden. Neiner hat Aua. Würde das Licht euch beschützen. Ach komm, er steht doch noch einen Millimeter draußen oder was? Ich hab auch noch meinen Eisblatt rein. Ich hab die Frau vergessen. Lass uns gehen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Dann macht er hier einen Sidestep King oder was? Eine Netzweber sind gefallen. Sammelt Juwelen. Sonst wird euch das selbe Schicksal ereilen. Ja, labt euch an euren Scheidern. Er ist in die falsche Richtung ausgewichen. Ernichtet ihre Konstrukte. Sie gehen zu meinem Altar. Bevor euer Feind es tut. Ah, ein nützlicher Diener. Meine Klingen gehören euch. Gut gemacht. Aber das war mir jetzt risikorechter, die denn nachher kriegen, weil... Das Feuer wird euch leidern. Wer da Blödsinn baut. Kommt. Gewährt ihnen keine Gnade. Ich konnte meinen Eisblock nicht mehr einsetzen. So ein Shitmann. Festung vernichtet Feier für Archeleiter. Ich glaube, dass du da gefährlich läufst. Aber okay. Ich würde da nicht rein pieken. Das Gelege ist bereit. Eure Feinde gieren nach meiner Macht. Und sie wird ihnen gehören. Das war unnötig. Mein Tod war zwar auch unnötig, weil ich hätte einfach rausrennen sollen und nicht helfen sollen, aber... Um nicht unterzukriegen, müsst ihr euch schon mehr anstrengen. Das sieht gar nicht gut für euch aus. Eure Zitadelle wird belagert. Schau mir, wie euch das gefällt. Die verkackte Hämmer müssen wir da unten wegkriegen, ne? Konzentriert euch auf diesen Helden. Das kommt genau zur nächtigen Zeit. Sie belagern unsere Zitadelle. Das Feuer wird euch leidern. Ich erzähle euch von meinen Reisen durch Sanctuario und darauf hin. Dies ist vorbei. Held vernichtet. Sie belagern unsere Zitadelle. Kann es echt nicht sein, ne? Die verkackte Hämmer. Blickt mit Stolz auf diese Zerstörung. Doppelkill. Dem Licht sei Dank. Noch ein paar Mal da, was war das? Eure Zitadelle wird belagert. Jetzt habe ich einmal kurz nicht aufgepasst. Eure Zeit ist gekommen. Held vernichtet. Leider hat Bauerweh. Das Feuer wird euch leidern. Hört sich gut an. Ja! Tötet sie alle! Ja! 2 for 1, weil... Einen dummen Chase. Kriegst einen Hook da drauf? Anscheinend nicht. Ach dammit, man. Lauf weg! Erhebt euch, Diener Neptulons! Ich bin unterwegs. Held vernichtet. Held vernichtet. Ausdruck. Doppelkill. Tja, ich hab halt immer ein paar Tricks Oblager. Dreifach Kill. Jetzt können wir Boss machen. Jetzt können wir Boss machen. Blutrausch. Und lebt euch euren Zahn hin. Ihr habt gut gekämpft. Puh, teilweise echt hart, ne? Zieht euch zurück! Ja gut, er bereitet da vor für den Boss, ne? Aber ob er das so hinkriegt, ich weiß es nicht. Aber der Boss müsste jetzt ordentlich damage machen. Halt, ey! Würde das Licht euch beschätzen! Halt, ey! Das sind noch so viele potenzielle Opfer! MVP! Die Li Ming wäre auch echt stark. Halt, ey! Ich bin geheilt! Oh, okay! Nice! Ich bin geheilt! Ich bin geheilt! Gut! Ich bin geheilt! Ich bin geheilt! Gut! Kommt raus da! Das Problem ist, dass die gegnerische Nova da auch irgendwo noch im Gebüsch rumrannte, ne? Okay. Aber mir darfst du trotzdem bitte gerne helfen. Danke. Guck mal. Hm. Hm, hm. Natürlich. Ah, eine Herausforderung. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Ja. Ihr seid nicht unbegabt. Ihr habt wahre Größe an. Doppelkill. Wähle ein Talent. Ah, Wüstung. Okay. Oh, ich dachte gerade, der trifft mich noch schweigen ab. Wir sind hier gerade an zu vielen Fronten, glaube ich. Ja, die stirbt noch. Sehr gut. Sehr freundlich, Kaya. Meine wahre Augenweite. Gar nicht schlecht. Ich muss zurück zur Basis. Doppelkill. Zurück in den Schlund der Öl. Naja, da komme ich nicht mehr ran, oder? Der Kampf ist bereits entschieden. Blutrauch. Die Schlacht steht hervorragend. Gar nicht schlecht. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Die Schlacht steht hervorragend. Die Schlacht steht hervorragend. Die Schlacht steht hervorragend. Ach, hört ihr von der Eta? Hier sind jetzt meine Klinge. Ich wurde gehalten. Gut. Und jetzt noch die andere. Dreifachkill. Nice. Vierfachkill. Besser geht's fast nicht. Ja, als ich dachte. Hier regiert meine Klinge. Gott. Ah, ein guter Kampf. Passabel. Remittiv, aber passabel. Wähle dein nächstes Talent. Oh, schade, ich dachte gerade, er ist wirklich so verrückt. Jetzt stürmt hier rein, ja, ich denke, wir werden hier weg. Kommt raus da. Gibt's nichts zu gewinnen. Ich brauche Verstärkung. Ja, das kriegst du auch alleine. Hm, Leute, macht doch keinen Blödsinn. Das Licht der Sonne in den Tempten wird stärker. Schon bald werden sie meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Hier regiert meine Knie. Geht mir mit zwei. Drei-fach-Kin, vier-fach-Kin. Na ja, dann, dort nehmen wir dann wohl nicht nach. Aber passabel. Unaufhaltbar. So fällt die Festung. Reine Perfektion. Und damit ist dein Blutrausch vorüber. Hier wird halt ein Kill. Aber wir haben beide Temple. Bisschen Zeit gekostet, ne? Nun kümmert euch wieder über eure herberentlichen Krieg. Die Götterhand will durchschmissen. Ja, der Wund. Dein guter Kampf. Das ist ein netter Versuch. Ich würde sagen, wir können auf den Quar gehen, oder? Hier kommt ja. Eure Kraft. Lässt euch nach. Nice. Die Schlacht ist vorbei. Nun stört nicht weiter den Frieden meines Reichs. M.V.P.